So und da sind wir auch mit Part 3 von Let's Play Together Minecraft mit Dero und Crab ich hab hier nur rohes Fleisch m da müsste nein das gebratene Fleisch liegt dorthin und es ist immer noch wir müssen noch mal schlafen gehen Moment ich will kurz mal ah nein sofort nicht Moment ich will meine Sachen da hat Kopfschützstück gibt die Zeit wird der Blick ins Bett liegt ich bitte bettliche geredet aber ich habe doch wie keine Lust zu trinken Krupp Kripper frisst das ein Kripper oder ich hab ihn auch getroffen haben wir noch Ehe mit und fragen ob wir zu welchen Eisenspitzhacke machen könnten aber hoher keine Eisegüter ist runtergegangen bleibt dort im Loch drinnen bleibt drin war hey dass er sagt nach den Frames manchmal alter was ist denn das Ja, ich liebe Fraps Ich liebe Fraps einfach Ich sag ja, du hättest nicht die Installation gleichzeitig laufen lassen sollen Ja, die ist ja schon längst durch Okay, warte, ich beende nochmal kurz den Part Und ich lege Bleib mal kurz stehen, ich beende mal kurz den Part Ich hab nämlich ne Idee, was ich mache Bis gleich So, da bin ich wieder Ich hab einfach mal, äh, jetzt in der Hoffnung Dass das irgendwie nicht funktioniert Das ist, äh, extrem cool, ganz ehrlich Hä? Verstehe ich jetzt immer noch nicht Will immer noch nicht Ich mach nochmal kurz, warte Ich spiel grad ein bisschen mit Fraps So, und da sind wir wieder Und ich hoffe, dass es diesmal klappt Irgendwie wurden wir auch, äh, komplett zurück Teleportiert, wir sind jetzt wieder hier Warte, ich bin Und meine Maus hängt trotzdem Ich glaub, wir sind immer noch Part 3 Ich hab grad die Uhr weggemacht, Moment, öpp 3, nicht 2? Nee, nee, Part 3, wir sind schon Part 3 So, wir sind schon ein Part 3 Ja, aber ich muss mal immer wieder die Zeit anstellen, sonst vergessen wir uns hier wieder So, ich kann auch drauf gucken Oh, Mann, Maus, ey Oh, Maus, was geht Äh, ja, meine Maus ist, glaub ich, bald alle Oder irgendwas stört die hier schon wieder, deswegen funktioniert das grad nicht Wahrscheinlich das Bier, das ist halt Bier, ich weiß ganz genau Das Bier stört Guck mal, ich hab dir was gekocht Oh, danke Komischerweise, dass er immer das Bier kotz, äh, kotziertes Hä? Das Fleisch Das Steak Komm, ja Verkloppt dich mit nem Steak Ne, äh, wo ist jetzt eigentlich das ganze Holz, was du gesammelt hast Ja, das hab ich noch, Peter Ja, warte, ich komm zurück Okay, also das Problem war, dass ich, äh, das Problem war, dass ich den Server und die Videos, die aufgenommen wurden und Traps und sowas, das ist alles auf dem, äh, alles auf einem Kladderadage geklatscht Auf einer Festplatte Ja Das war alles auf einer Festplatte und deswegen sind mir wahrscheinlich immer die Frames abgehauen Frag nicht warum, es ist einfach so, ich verstehe es selbst nicht Er hat, er hat sich einen neuen PC übrigens geholt, damit sowas nicht mehr passiert Für 1200 Euro Ja, for the win, not Doch, auf jeden Fall Hat sich hundertprozentig gelohnt Ja Wenn ich, wenn ich ihn nicht aufnehme, dann hab ich, äh, also ich muss schon sagen, das was ich hier zusammengestellt habe, ist mega geil für jeden Gamer Aber wenn du noch dazu aufnehmen willst, brauchst du auf jeden Fall noch eine bessere Festplatte als die, die ich jetzt habe Okay, merke Wenn ich nicht mehr zusammenstelle, weil, wie gesagt, bald hab ich einen neuen Und Dann hau ich beordentlich auf den Puls Awesome, awesome, komm mal her, komm mal zu mir Wenn du aus dem Haus rauskommst, wenn du aus dem Haus rauskommst, rechts runter Komm mal zu mir schnell, bitte Und Vors tres dunkel wird Warte Den Glock muss ich abbauen, da schwebt in der Luft So, was ist... Komm mal her Look at this awesome Ja, was ist das denn... Ja, es ist awesome... Das ist awesome, da müssen wir bauen Können wir machen, ich dachte ja auch eigentlich, dass du hier in den Bergen bist, oh hier sieht es awesome aus Also auf jeden Fall seit den 9, oder seit dem halb 9, seit Minecraft aus der Beta-Version raus ist, ähm, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her Die Maps mega geil Guck dir das hier mal Boah nice Und dort hinter, okay Du bist der Level-Generator, Champion Wuhu Oh, 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 oh Denk mal, wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz, suchst du da noch Holz und ich geh in der Mine weiter abfahren? Ja, ich bin gerade dabei Oder willst du auch noch auf Minen suchen gehen, Cave-Suche oder sowas in der Art? Da werd ich gleich machen, weil es wird langsam wieder doppelt Wir können einfach pennen gehen Hä? Wir können auch einfach pennen gehen Ja, meine Achse ist kaputt gegangen Dam, dam, dam Ähm Nein, ich bin doch schon längst fertig mit dem installieren Achso, scheiße Dass du gerade etwas installiert hast Der PC immer noch sauer auf dich ist Nein Nein Er dankt's mir Er sagt Forder mich Forder mich Fick mich Ähm Forder mich Das hab ich jetzt nicht gesagt Nein Nein, du doch nicht Das Geile ist, unsere Stimmen sollen sich ja gleich anhören Werden wir ja dann mal in Let's Play sehen, ne? Wer denn alle Stimmen so nicht unsere Stimmen unterscheiden kann Nein Ja, ehrlich Auch unsere Vornamen werden immer gerne vertauscht Die wir jetzt nicht sagen werden, lieber Es wird sonst ein bisschen peinlich Für dich Ich bin so ein Failer Ich bin so ein Failer Wow, das machst du Oh mein Gott Ich hab ein Achievement Weil ich das alles hier auf dem neuen PC habe Ist ja alles komplett neu Ah ja Und deshalb hab ich gerade das Achievement bekommen Eine, ähm Eine Axt gemacht zu haben Also eine Spitzhacke Die Axt hab ich jetzt gemacht, so Oh mein Gott Ich bin so gut Not 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 Ich finde, wie die flüssig gemacht haben Jetzt den neuen Biom und so Viel, viel besser Hast du Sand, da hast du Erde, da hast du viel viel mehr Clay Weil Clay muss es ja vorher endlos suchen der Begriff bis das Luxus Dankeschön so ist gut war weiter ich kann nicht mehr reden Mappel Apfel wird und wird schnell ausgesprochen Doppel um und die die schnell spitzhacke holen und draußen noch schnell Kohle holen bevor es röcke wird mach ich jetzt nicht schnell ja aber nur wenig haben wir noch werden wir jetzt nicht finden ich komme lieber zu dir rein du bist schon du bist draußen nee nee ich bin wieder draußen hier auf in den cave um ich geb hin welcome to rapture my friends ach ne moment wir müssen ja dann wieder zusammen pennen welcome stranger so bin wieder da ja kommento er ist auch nicht die hatte wird doch bald hat flexibilität der art die Welt freut das sind du hörst ich leicht transsexuell 3 3 6 nicht etwas gegen transsexuelle Habe schluchten Prozent 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 ich baue mal hier noch eine Weile runter Prozent noch ein Stoß oder so Prozent der Hoffnung dass wir auf den Stoßen noch ein bisschen hoch ich hab ein paar Spitzhacken für dich ich habe Holzspitzhacken wie ist mit der Steinspitze an den Baum klar wie man mit Holz Prozent mit Holzsteiner oder aber was soll es also für dich jetzt auch machen nur wenn ich zu Hause werden ich auch mit Holz auf Steine einhauen mache ich ständig Kronen stehe das Problem nicht ich frage mich jetzt gerade ob ich das Wort erwähnt habe Ohr K. Ups, Entschuldigung ich bin ein Schwein kannst du mal Clean Stone machen? äh nein ach ne ist schon in Ordnung hat es erledigt weil ich hab hier gerade was ist ich glaub das ist Gold gefunden äh das ist Eisen oder Eisen ich dachte du hast das normale Tech-Repack drin ja aber ich hatte mal Mieser drin deshalb weiß ich jetzt gerade nicht was das ist und ich glaube ich mach's jetzt gerade kaputt oder? nein, das ist Eisen hey genau, womit baut man Eisen ab eigentlich? äh? oh, Stein hehehe ach so Steinspitzehacke joo, ich hab natürlich hier Holzspitzehacke genug, Moment fail fail epic fail fail ich bin jetzt ein Sprecher ab sofort ähm ähm nehmen wir mal hier die Scheiße und legen die hier mal hin so als improvisierte Treppe solange wir noch kein Clean Stone haben wozu brauchst du denn jetzt Clean Stone? um die Treppe wieder Höhen zu machen, wollte ich gerade sagen okay aber das würde nichts für nützen, weil das Gravel hier die ganze Zeit runterfällt verdammt ich hasse Gravel ich hasse Gravel war flucht, seist du Gravel das gibt's doch gar nicht so jetzt bräuchte ich mal ein paar jetzt sollte mir mal ein Licht aufgehen, haha, komm wir tauschen mal nicht drin nicht drin was zum hallo ne, was, sorry, ich war gerade abwesend was los ähm also ich drück gerade nichts meine Hände sind von der Tastatur weg und von der Maus ja, ich weiß nicht vielleicht muss ich mal angucken was gerade meine Maus hier fabriziert aha aha wow ok ja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 5, 5, 5 oder? so ich glaub meine Maus kann einfach nicht die Finger voran die Türsie lassen sie findet diese Tür einfach so erregend öhm ja hallo oh oh Scheiße Nein, ich hab so... Was hast du so kaputt gemacht? Ähm... 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 Ja... Sag es nicht, reparier es einfach. Ich hab gerade... Ich hab gerade verrottetes Fleisch gegessen, weil ich dachte, das wäre... Ach so... Das ist mir egal. Ich dachte, das hätte jetzt bleiben die Schäden. Zum Beispiel, dass man das irgendwie vielleicht so... Scharf nervt! Scharf hat gemundet. Nein, ich hab den Mammutbaum angefangen. Scheiße. Egal. Hier. So, Baby. Ach, verdammt, ich hab wieder die Selbstlinge vergessen. Hey, aber ein Glück hab ich eingefunden. Moment. Aber diese Serie... Ey, wir haben heute vom Kumpel so eine Serie geschickt bekommen bei YouTube. Die tausend äh... Komischen oder kuriosen Tore. Ey, da waren so geile Sachen. Tausend Möglichkeiten ins Gras zu beißen oder so. Genau, so war das. Ey, so geile Sachen, ey. Ein Typ war so fett und wollte einfach mal muskulöser werden. Da hat der... Hat der... Hat der sein Kumpel gerufen und dann haben sie Fettabsaugung in der Garage gemacht mit einem Industrie-Storbsauger. Da hat der Armut durchgesaugt und dann ist er natürlich ein Sturm. Mega-leg. Ey. Ey. Und dann solche geilen Sachen einfach, wo ich nur krank bin. Ja, wie sie sagt. Aber einfach sinnlos. Aber... Aber man lacht nicht über Twitter. Man... 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 Man lacht nicht direkt. Man denkt sich nur, oh mein Gott, seid ihr Blöde. Ah... Und manchmal denkt man sich, haha, hast verdient. Das Beispiel, das letzte aus dem... Guck da, Mädchen äh... Äh... Frau hat Schluss gemacht mit ihrem Mann oder mit dem Freund. Weil er halt... Weil er sein Willi nicht lacht. So. Hat sie sich grad ein neues Pferd gekauft und die Freundin... Naja, du könntest das ja auch mit einem Pferd treiben. Ich meine, der hat ja anscheinend die richtige Größe... Größe für deine Vulva. So. Dann hat sie es wirklich mit dem getrieben? Ja. Äh... Sagen wir so. Wenn ihre Vulva ausgelegt ist für... 30 cm. Also für schon einen riesen Penis. Ein Pferd hat 60 cm. Tja, ein bisschen. Ja. Natürlich. Wortwörtlich. Totgefegt. Ein bisschen Bio-Nachkunde. Nachhilfe-Kunde. Da-da-da-da. Wochenende. Da ist das Gehirn aus. Da gehört sich jetzt nicht für die Schuhe zu. Was nützliches zu sagen. Das Schuhe, die... Das Wort kann so durchführen. Das Wort kann so durchführen. Ich hab' die... Wollte nicht abgeholt. Können nicht mehr mehr MSA-Prüfung zu sagen. Oh, ich hab' so Schiss, Alter, vor den MSA-Prüfungen. Ähm... Jetzt wissen die schon mal ungefähr wie alt wir sind. Aber das ist mir so... Nein! Bis... Bis man unsere Videos schaut, äh... Ah, da müssen wir schon tausend Videos haben. Okay. Das wär' denn jetzt... Part 3 gewesen. Den... Weil ich beende den gleich mal. Können wir kurz eben mal schauen. Komm' ich da rüber vielleicht? Tu das. Jawoll. Ach da! Okay. Dann würd ich sagen, äh... Wir sehen uns im nächsten Part. Tschau, Leute! Tschau, tschau! Tschau, tschau!